The Market Deep Dive Willkommen zu The Market Deep Dive. Mein Name ist Marc Dietli, Chefredakteur von The Market. Heute sprechen wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich den Grundsatz, das Fed erhöht die Zinsen bis etwas zerbricht. Der Collapse, der Silicon Valley Bank in Kalifornien, hat in den vergangenen Tagen eine Shop-Welle durch das Finanzsystem gesandt. Der Index der US-Regionalbanken hat innerhalb von drei Tagen 30% seines Wertes verloren. Es ging hier also richtig, richtig schnell bergab, zwischen dem 9. März und dem 13. März. Es gibt diverse Gründe für diesen Kollaps der Silicon Valley Bank, aber vereinfacht gesagt wurde die Bank Opfer des Zinsanstiegs, der sich an den Märkten in den vergangenen rund zwölf Monaten ereignet hat. Die Bank hatte sehr, sehr viele Staatsanleihen und verbriefte Hypothekarpapiere, sogenannte Mortgage-Backed Securities, auf ihrer Bilanz. Und diese waren nicht abgesichert gegen das Zinsänderungsrisiko. Und weil jetzt eben in den letzten zwölf Monaten die Zinsen, die Marktzinsen stark gestiegen sind, hat die Bank auf diesen Beständen Buchverluste erlitten. Und als dann die Kunden begannen, ihre Einlagen abzuziehen, musste die Bank diese Bestände verkaufen. Und aus unrealisierten Buchverlusten wurden plötzlich realisierte, echte Verluste. Und innerhalb von wenigen Tagen war die Bank am Ende. Nun, der Zinsanstieg der vergangenen rund zwölf Monate war natürlich eine Folge des extrem schnellen und starken Inflationsanstiegs. Das sehen Sie hier mit der blauen Kurve in den USA. Die Inflation ist bis zu ihrem Höhepunkt auf mehr als neun Prozent geklettert. Sie ist jetzt in den letzten Monaten etwas zurückgekommen. Und als Antwort auf diesen Inflationsanstieg musste das FED, die US-Notenbank, die Leitzinsen richtig, richtig schnell in die Höhe schrauben. Innerhalb von zwölf Monaten sind wir von 0,25 Prozent, oder praktisch null, auf aktuell 4,75 Prozent gestiegen. Und so ein Zinsanstieg, vor allem so ein schneller, heftiger Zinsanstieg, der führt eben zu Stress im Finanzsystem. Und dieser Stress, der hat sich jetzt am Beispiel der Silicon Valley Bank entladen. Nun, ganz, ganz wichtig, wenn wir einen etwas längeren Zeitraum betrachten, wenn Sie sich die blaue Kurve hier ansehen, das ist die Federal Funds Rate, also der Leitzins, der ganz, ganz kurzfristige Zins in den USA, den das FED als Leitzins beachtet. Hier sehen Sie wunderschön, dass immer am Ende eines Zinserhöhungszyklus, also wenn das FED eben nach mehreren Zinserhöhungsrunden die Leitsätze richtig schön in die Höhe gehoben hat, kommt es irgendwo im amerikanischen oder im globalen Finanzsystem zu Krisen. Hier einige Krisen eingezeichnet für Sie. Zum Beispiel ganz, ganz schön 2007 hier die Subprime-Krise, also die Immobilienkrise, die von den USA aus geht und dann auch auf den Rest der Welt schwappte. Das war eine Folge unter anderem des Anstiegs der Zinsen in den Jahren 2004 bis 2007. Die Technologieblase hier, Entschuldigung, hier die Technologieblase platzte im Jahr 2000, 2001. Auch dieser Krise ging eine Verknappung der Geldpolitik in den Jahren zuvor einher. Dann hatten wir in den 90er Jahren die Tequila-Krise in Mexiko und die Asien-Krise 1997, 1998. Darauf folgte dann die Russland-Krise 1998 und der Kollaps des Hedge-Funds LTCM. Auch diesen Krisen ging eine Verknappung der Geldpolitik vor. Wir hatten den Markt-Crash von 1987 und dann die Savings- und Loan-Krise in den USA, die Regional-Ranken-Krise. Auch da hatten wir zuvor einen Zinsanstieg. Die lateinamerikanische Schuldenkrise von 1982 und so weiter. Ich muss jetzt hier gar nicht weiter in die Details gehen. Es ist ziemlich üblich, wenn das FED die Geldpolitik deutlich verknappt, dann kommt es zu Stress im Finanzsystem. Sie sehen jetzt hier die kürzliche Geldverknappung, also die geldpolitische Straffung in den letzten zwölf Monaten, die war sehr, sehr stark vergleichsweise und sie war auch schnell. Ja, und jetzt hatten wir ein erstes Opfer hier mit der Silicon Valley Bank und übrigens auch mit der Signature Bank in New York. Das ist also ganz, ganz wichtig. Das muss man sich vor Augen halten. Wenn die Geldpolitik verknappt wird, dann wird Liquidität aus dem Finanzsystem gezogen und das führt zu Stress. Und dieser Stress, der entlädt sich irgendwo im System. In der Regel bei den schwächsten Gliedern in der Kette und die zerbrechen dann irgendwann. Nun ist ebenso wichtig, wenn wir hier sagen, the Fed always tightens until something breaks, also das FED erhöht die Zinsen so lange, bis etwas zerbricht, dann ist das zweitwichtigste Sprichwort Markets stop panicking when the Fed starts panicking. Will heissen, wenn die Krise genügend gross ist, wenn der Unfall genügend schwerwiegend ist, dass im Prinzip wirklich das Finanzsystem bedroht ist, dann sieht sich das FED gezwungen, seinen geldpolitischen Straffungszyklus abzubrechen. Weil das FED, die US-Zentralbank, ist eben auch verantwortlich für die Stabilität des amerikanischen Finanzsystems. Und deshalb immer auch diese Krisen, die Sie hier eingezeichnet sehen, die führten dann jeweils zu einer Kehrtwende des FED. Also hier zum Beispiel nochmals, nach den Platzen der Technologieblase von 2000-2001 folgte eine deutliche Senkung der Zinsen. Nach dem Platzen der Subprime-Blase 2007-2008 folgte eine deutliche Senkung der Leitzinsen und so weiter. Wenn wir also ein Fazit ziehen, erstens ein geldpolitischer Straffungszyklus verursacht immer Stress im Finanzsystem. Und das ist auch durchaus logisch, denn wer in der Zeit der niedrigen Zinsen unvorsichtig war, der gerät es unter Druck. Warren Buffett hat dafür das sehr, sehr schöne Zitat geprägt, erst bei Ebbe zeigt sich, wer ohne Badehosen im Wasser war. Je grösser der Stress, desto höher ist auch die Gefahr von Unfällen. Und das FED erhöht in der Regel die Zinsen, bis etwas wirklich Grosses zerbricht. Also es darf nicht nur eine kleine, unbedeutende Regionalbank sein, es muss etwas Grosses sein. Markets stoppen panicking, wenn die FED panicking starts panicking. Ist die Krise genügend gross, stoppt das FED die Zinserhöhungen und vollzieht eine Kehrtwende. Das ist der sogenannte Pivot. Wenn also das FED von einem Zinserhöhungs- in einen Zinssenkungszyklus umschwenkt. Nun, wir können nicht sagen, ob der Kollaps der Silicon Valley Bank jetzt wirklich schon das grosse Ereignis war, das eine Kehrtwende des FED verursachen wird. Momentan, per Stand per Mitte März, gehen die Finanzmärkte bereits davon aus, dass das FED die weiteren Zinserhöhungen möglicherweise abbrechen wird. Der Markt geht momentan davon aus, dass an der nächsten FED-Sitzung vom 22. März noch eine Zinserhöhung von maximal 0,25 Prozentpunkten kommt. Aber es gibt schon viele Stimmen, die sagen, ja, vielleicht macht das FED gar nichts mehr und die wird die Zinsen gar nicht weiter erhöhen. Es kann aber noch nicht gesagt werden, ob das jetzt wirklich schon der grosse Unfall war, der zu diesem Pivot, zu dieser Kehrtwende des FED führen wird. Aber ganz wichtig, die Geschichte, die zeigt uns eben sehr schön, das FED erhöht die Zinsen, bis etwas Grosses zerbricht. Und wenn die Krise genügend gross ist, dann gilt das zweite Sprichwort, die Märkte an den Märkten endet die Panik, wenn die Panik für das FED beginnt und der die Kehrtwende beschlossen ist. Wir werden sehen, ob es diesmal auch schon soweit ist oder ob es eben noch weitere, grössere Unfälle braucht. Denn Sie wissen, die Geschichte, die wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das war The Market Deep Dive. Wir beleuchten an dieser Stelle regelmässig Themen, die die Finanzmärkte beschäftigen. Uns interessiert aber vor allem, was Sie beschäftigt. Schreiben Sie uns deshalb Ihre Themenwünsche, die Sie gerne im The Market Deep Dive behandelt sehen möchten, an deepdiveatthemarket.ch. Wenn Sie weitere Videos von The Market sehen möchten, dann abonnieren Sie bitte diesen YouTube-Kanal. The Market ist ein digitales Finanzmedium, das sich an versierte Anlegerinnen und Anleger richtet. Besuchen Sie uns auf themarket.ch. Als Zuschauerin dieses Videoformats finden Sie ein spezielles Abo-Angebot unter go.themarket.ch.de Diese Sendung wird unterstützt von Schroders, einem weltweit führenden Asset Manager. Untertitelung des ZDF für funk, 2017